hey leute hier ist die band no rules servus wir spielen für euch am zweiten augsburg cyber security tag am 19.9 in der wwk arena und zwar auf der aftermesse party wir freuen uns mega drauf auf einen richtig geilen abend bisschen abrocken zusammen mit euch genau bis dahin wir freuen uns auf euch ciao